Ah, der Schniereh. Das habe ich nicht kaputt gemacht im ersten Teil. Das haben wir in der Zeitung. Sollte es, die Apple nicht weit weg von der Scheiße fallen. Ähm, Freitag, 7. Mai 2010. Werft wird geschlossen. Obwohl Projektentwickler Sean Prescott beim Kauf der Werft versprach, dass der Personalabbau minimal ausfallen würde, verkündet er heute, dass der Betrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt wird. In einem für Langzeiteinwohner dagegen wenig überraschenden Schritt liquidierte die Prescott-Stiftung den zugesagten Rentenplan des Hafenarbeiterverbandes von Arcadia Bay. Michelle Kinsey Robertson, Anwältin der Stiftung, verteidigte das Vorgehen als unser Recht, Verluste gegenüber Verbindlichkeiten wettzumachen. Sean Prescott war nicht für einen Kommentar zu erreichen. Warum will ich plötzlich etwas Feuerwerks bekommen? Eine Feuerwarnung wurde für alle Einwohner von Arcadia Bay herausgegeben. Strafgebühren für illegales Feuerwerk und Lagerfeuer in nicht autorisierten Gebieten werden verdoppelt. Verzeihung, ich weiß gar nicht, was gerade los ist, dass ich da und husten muss. Das ist Prinsipal Ray Wells. Lass mich emphatisch sein. Ich habe einen enormen Stich, den ich in meinen Becken gelegt habe. Danke. Auch Chloe, du bist poor und in Träumen. Arcadia Bay Anzeiger. Studiengebühren steigen. Lassen Sie mich nachdrücklich betonen, dass dies nicht an finanziellen Sorgen liegt, sagt Direktor Ray Wells. Nach der Begutachtung anderer angesehenen Akademien ähnliches Kalibers sorgen wir einfach dafür, dass wir weiterhin westwerffähig sind. Die Eltern von Blackwell-Schülern investieren in ihre Kinder nicht in Ferienhäuser. Wells betonte weiterhin, dass zusätzlich zu den leistungsabhängigen Ausbildungsprämien dieses Jahr vergeben an Stella Hill und Brooke Scott Die Stipendien für bedürftige Schüler, die außergewöhnliche akademische Leistungen erbringen, weiterhin bestehen bleiben. Okay, jetzt gucken wir noch schnell in die Küche. Dad's old swear jar. We spent the last of his curses on bus fare and milk. How can bacon smell so good, but I'd still rather stuff these sugar bombs in my mouth? Pot roast? Mom hates pot roast. Joyce. Komm, dann stell die Sachen erst ab, bevor wir mit ihr reden. So, Joyce, wo bleibt die Ansage um? Übrigens meine Ansage an dich, ähm... Kümmere dich mehr um dich selbst und nicht um David. Hey Mom. Willst du sprechen? Wenn ich dir eine Text-Message schreibe, Chloe, wie letzte Nacht, dann brauche ich dir, um zu antworten. Du kannst nur Text sagen. Du musst nicht sagen, Message. Und ich brauche dich, um zu antworten, ohne den Schnarchen. Äh, so überhaupt nicht hätte ich geschlafen, ist glaube ich... Sorry. Ich höre dich. Ich werde besser über die Replayung machen. Danke. Ist das, was du über das Thema gesprochen wolltest? Was ist es mit dir und David? Sie sind immer auf die Schmerzen. Warum können wir nicht nur eine leise Gespräche vor der Schule haben? Ähm... Ich werde jetzt sowohl der Schmerbraten als auch der Verlobungsringen werden. Das sind alles Antwortmöglichkeiten, die sofort den Streit enden werden. Äh, Schule... Ah, right. School. My favorite. You used to love to learn. Yeah. I used to think drugs were lame too. I wish you wouldn't joke like that. Und, äh, kommt David heute noch vorbei. You do realize, I hate your boyfriend with every fiber of my being, right? Chloe. You don't hate him. He calls me girly. He's a dickhole. He can be old fashioned. Yeah. An old fashioned dickhole. Ähm, ja, okay, ich wollte gerade sagen, morgen müssen wir darüber reden, dann vielmehr ein bisschen, Chloe. Wir sind immer auf Streiter aus. Ich dachte, du hattest den Pottrösten. Du kannst ein Nein, danke dir helfen. Nein, du hattest den Pottrösten. Ich bin nicht gebraucht. Ich bin nicht gebraucht. Und David mag es. Und nicht sagen, du bist nicht gebraucht. Also das ist, was wir jetzt tun? Was, was dein Freund magst? Oh, bringen wir es hinter uns. Nice dodge. How about this? You don't go in my bedroom when I'm not there. How about you don't ask me to get your damn purse then? Let's not fight. I made your breakfast. Nah. I'll just grab something later. Oh, you'll enjoy this. The other day I made four eggs, two for David, two for me. And just before I serve them, he says, what are you gonna eat? Ah, das wird Chloe echt aufhalten, Chorys. I'll enjoy that, huh? Tired, huh? That'll teach you, to break the curfew. What? I know what time you came home last night. And don't think you can get out of school just because you've missed the bus again. Why would you assume that... Who do you think your principal calls when you skip? Do you think I enjoy lying for you? Saying you're sick just so you don't get expelled? Nah. Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. But, Mom, the whole point of lowering expectations is so you won't be disappointed in me. Never again. You're happy doing what you're doing? Fine. Keep at it. Just let me know so I can stop fighting with Blackwell to keep you on scholarship. Money's tight enough as it is. We're actually not going to go on David again. Maybe I just need to be left alone. Maybe you're 16 and don't know what you need. David thinks you need discipline. David should mind his own business. I think it's great David's taking an interest. He's a good man. Maybe he can help. Dass Papa ein guter Mann war, weiß ich selber, aber ja. Your boyfriend's an asshole. He's been good for me. Maybe he rubs you the wrong way because you've been rude. He's still breathing. That means I've been more than fair. David's had some hard times too, you know. If he's kind enough to share his experience, I expect you to listen. Like I'd let him get within 15 feet of me. When he takes you to school today. Very funny. You will be nice. You will be respectful. And you will say thank you. Are you serious? This is such... What, Chloe? Such what? Mom's trying. I guess. Maybe I should too. But what's the point in getting along if it means pretending everything's fine when it's not? I mean, I can Chloe and Joyce both understand. But Joyce is right now. Chloe, you're doing it right now. She doesn't try to understand the feelings of Chloe. At least she doesn't try to express it. So, I'll try to be better and not to escalate it. Mom, I know you're dealing with a lot. Thank you. I understand you don't need me as much anymore. But I need you. I do still need you. You're my mom. I'm proud of you for being so self-sufficient. But the whole world's not out to get you. Noch nicht. You're impossible. But I love you. I love you too. Mm-hmm. Okay, David's waiting. You'll need to bring him his keys from the ashtray. Try not to kill each other. Got it. Unless he tries to give me advice. Or looks at me funny. Chloe. Or looks at me at all. Chloe. Mom. Have a good day. You too. Bringing David his keys is about the most humiliating thing Mom could ask me to do. No point in putting off the inevitable torture of driving to school with David. You better get going. Is einfach so... Wow. Wow. Steph. Wer ist Steph? Äh. Lass mich das... Spiel. Lass mich das doch erstmal in Ruhe lesen. Äh. Hallo? Warum konnte ich jetzt nicht scrollen? Achso, ich muss raus und wieder reingehen. Okay, das ist merkwürdig. Hey, bist du Chloe? Steph Gingrich hier. Hey. Ich hab deine DVD. Ich kann sie dir vor der Schule geben. Danke. Ich weiß nicht, worum es geht, aber cool. Danke. Guck mal raus. Wer weiß, vielleicht kommt ihr ja irgendwann... Nein, doch nicht. Ähm, ich weiß ja, wie ihr beiden am Ende seid. Okay, ja, let's get her los. Ja, ich weiß nicht. Klar, David. Was ist das? Qualitätzeit? Ugh. Besser einfach den Socketwrench und holen das raus. Oh. Was macht David, die Sachen in unserer Garage? Er denkt, er geht in oder was? Das wird er, Chloe. Das ist, ähm, sollte auch dir klar sein. Nur eine Frage der Zeit. Natürlich. Natürlich. Ein Feuer löscher. Aber auch hier. Oh. Chloe. Ganz ruhig. Die wird noch sehr wichtig werden, Chloe. Ich meine, das ist alles deine Vergangenheit, Joyce. Meine Güte. War ja immer cool. Kommt drauf an, wie er sich benimmt. Und ich soll brav Danke sagen, ja? Ich glaube ja nicht. Das beruht hier auf Gegenseitigkeit, Junge. Also, ähm, bemühe dich mal ein bisschen. Nein, Chloe, das muss ich dir widersprechen. Das ist, ähm, typisches Teenager-Gehabe. Ähm. Wie gesagt, ich versuche, deeskalierend zu sein, auch wenn er nicht Danke sagt, ähm. Okay, was auch immer. Hey, you're taking those tools with you, right? Every house needs a good toolbox. Ugh. We've already got one, but thanks. Heh heh heh. Oh, David, irgendwann werde er auch euch nicht mehr sagen können, ich deeskaliere. Ready to roll? Please don't want to talk, please don't want to talk, please. I want to talk to you about something. Fuck! We don't have to like each other, but you will respect me. Und dafür musst du erst mal mich respektieren. You have to try, enough of a vacation from having a father figure. So there are some things, I want to be real clear about. Ja, ähm, ich hab gesagt, ich will deeskalieren, aber es tut mir leid. A, es ist Chloe Superfähigkeit, ich muss sie benutzen. Und B, es ist einfach dieses David. Wenn ich dich respektieren soll, musst du mich respektieren. Sonst klappt das nicht. Respektierend? Ich denke, es ist Zeit, dass ich diesen Arschlein zeigen kann, dass ich nicht interessiert bin, was er sagen muss. Was klar ist, ist, f*** dich. Sprich, 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 Sprich. Sprich? Ähm... 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 Hier, lass mich das in eine Sprache, die du verstehst. Foxtrot. Uniform. Du hast eine smarte Mälte, nicht wahr? Lass mich das unterbrechen. Ich meine, sorry. Was hat weniger Syllabler, als Dumb? Hey, watch your... Ich kann es größer als du, hast du? Oh... 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 Ich hoffe, du bist ein besserer Plummer, als du ein Mechaniker bist. Ich mache hier voll fertig. Ähm... Wenigstens hat sie ein Herz. Das hat doch nichts damit zu tun? Wem? Wenn du mich nicht respektierst, dann muss ich dich auch nicht respektieren. So einfach ist das. Ach, Chloe. Chloe... I'd love this song. I just can't tell you that I miss you. Okay... Chloe, Chloe, you träumst. Ich befreie, dass wir gleich irgendwas Schlimmes passieren. Und ich weiß nicht... Wie ein freundes Tag. Ich weiß, was ein Sparksflug macht. черkwasser. Ja. Dieses... Und das ist nicht richtig. Nein? Wenn Mama hier hier ist, würde sie ihm sagen, clicking den Pendeln nicht weg. Ich gehe das Stück weg. Dad, du weg. Ach ja, so schön einfach alles. Ja, schöner Alptrop-Trolley. Schöne Vibrationen-Controller. Naja, kein Problem. Bin ich häufiger, so wie ich das mitkriege. Eben, kein Respekt mehr, sorry. Ich meine, der hat sich meinen Respekt echt nicht verdient. Der hat ihn sogar zerstört. Ich weiß, dass er noch besser wird, aber das ist halt zukünftiges Wissen. Das kann ich nicht anwenden. Ja, oh, guck mal, wir bauen eine Bühne auf. Gibt's ein Theaterstück? Und warum müssen wir das draußen machen? Haben wir keinen Ort, in dem wir das drinnen machen können? Es tut mir leid, das ist echt nicht Chloe's Ding, glaube ich. Oh, ich glaube, ich habe unseren Warhol gefunden. All right, see you in camp. Ja, for sure. Mhm, mhm, okay. Ich habe noch Zeit, bevor die Klasse. Ah. Sehr gut. Chloe hat natürlich immer ihren Stifter bei dem Schreiben. Ja, Steph ist ja gut. Hey, ich bin im Picknissen mit Mikey. Danke, auf den Weg. Gut, danke auch. Justin. Ich kann sagen, dass Justin seine Oudagange hat. Hey, Preischeck. Hast du in irgendwelchen Problemen letztendlich gesehen? Ähm, abgefahrene Party gestern? Okay, ich habe diese verrückte Party in der alten Mille am Norden. Kind of a DIY-Thing. Wow, keine Scheiße. Ich dachte, das Ort war, wie, Maths Central. Mein Kassier hat diesen Hocker da. Whatever. Es war cool, okay? Du wirst nicht verstehen. Und ich habe Rachel getroffen. Hey, aus der blühen Frage. Was denkst du von Rachel Amber? Wenn er das Crushed nennt. Ähm, ich würde mal sagen, er hat es gut bestanden. Einigermaßen zumindest. Ähm, das ist Evan. Hi. Da muss ich gleich hin. Alles klar, sehe ich schon da drüben. Dann sag mal. Chloe, I'd like to talk to you about Wildfire Awareness and Prevention. Good morning to you too, Evan. According to the Department of Forestry, over 90% of this season's fires were caused by humans. Wow. That's a record high and completely preventable. Äh, warum tust du das? This is for college, right? I don't believe you actually care about this. My interest in fire prevention is completely sincere. Besides, I intend to get into college on the strength of my photography alone. Do you think Rachel Amber would be willing to pose for my portfolio? Auf jeden Fall. She's so artistic. I bet she would be a dream model. What do you think? I guess. Also, dann bis später. Wir reden nicht darüber, wie toll Wildfire sind. Die sind furchtbar. Will you sign my petition to have a fire safety assembly at school? Klar. Sure. I love assemblies. Some of the best naps of my life. Wow, thanks. I did not see that coming. You being, you know, interested in complicated issues, helping out with the public. Do you want me to change my mind? I... No. How seriously am I taking this right now? Ähm, komm, nimm deinen echten Namen, Chloe. Just don't expect this to become a habit. Blackwell Academy. Home of tomorrow's leaders. Ah, schön zu sehen, wenn Chloe die einzige vernünftige ist. Dann hat die Welt ein Problem. Was? Wissen Sie über wichtige Probleme? Wissen Sie in general. Lüb-düb-düb-düb-düb, wir gehen hier mal rum. Gleich gehen wir darüber. Aber erst gucken wir uns alles andere an. Ja, ähm, für alle, die es nicht wissen. Also, ich, ähm, gucke mir in diesem Spiel sehr gründlich Sachen an. Also, so gut, wie das eben funktioniert. Weil ich mir denke, irgendwann kommt wieder irgendein Mysterium oder sowas. Irgendwas, an dem wir arbeiten müssen. Und da können gerade bei so einem storybasierten Spiel möglichst viele Informationen ja nicht schaden. Also, Samantha. Samantha Myers, Schule-Wallflower. Ich kenne es nicht. Aber es ist bestimmt lustig. Chloe steht bestimmt voll auf lustige Sachen. Nein, Chloe ist der Emo. Also, the story is about how relationships only work if people are willing to lie to each other. I'm not sure if you're joking. Sorry, I'm a little slow sometimes. I'm a little bitchy sometimes, so it's cool. People always say that. But I think you're actually... Sorry, Chloe. No one says anything like that. I don't know what I'm actually talking about. I bet. Oh, Samantha, ich glaub, wir kommen klar. Samantha Myers, Schule-Wallflower. She could give you a run for your money, Max. I really didn't mean anything. Ganz ruhig, Samantha. Läuft alles. Hallo, Victoria. Missstück. Ugh. Victoria Chase. I'd rather vomit razorblades than talk to her. Tja, Chloe, schade, dass ich dich kontrolliere. Ah, Carrie Price. It's Chloe. Oh, right. I'm just teasing. People have been taking me so seriously, since I won the Beacons Young Artist Award for my photography. Ah, Victoria. You don't say. Between that and the Vortex Club, it's hard to keep people from putting me up on a pedestal or whatever. But you know all about that. What with Rachel Amber? Am I right? Ja, komm, reden wir über Rachel. Der Rest interessiert mich nicht. What about Rachel Amber? Rachel posted a slamming selfie of you two, having a chance to do it. during the time of your lives. Do tell. Victoria, du kriegst von mir nur Ironie. It was a pretty normal night for us. A little music, a little dancing. You murdered a guy. You are so funny. Seriously, though. I didn't realize you and Rachel were such BFFs. We're really not. So, what's she into? You know, what's her thing? Is it drugs? I'm not judging or anything. I figure if she's hanging out with you, she must be into some FFFs. Fuck. You know? Vicky. Seriously, I don't know why you're talking to me about Rachel. Oh, everybody loves her. Little Miss Perfect. Victoria, du machst dir einfach immer wieder Feinde. Ich geh einfach. Warum würde Rachel Amber ever hang out with Carrie Price? Es ist Chloe. Ach, Victoria. Ja, schwing die Hüfte noch ein bisschen näher. Damit du dich noch alberner machst. Hey, Skip. Skip. Du bist also Davids. Du warst also Davids Vorgänger, ja? Skip Matthews. Blackwell's finest. He's not so bad for a mall cop.